Manche sagen, es sind die prächtigen Weinberge, die Durbach so besonders machen. Andere erzählen von dem strahlenden Wetter und den tausenden blühenden Bäumen und Blumen. Und manch einer hat schon erzählt, dass es die großen, dichten Wälder sind und die Nähe zum Schwarzwald, die diese einzigartige Atmosphäre verbreiten. Wir glauben, es ist von allem etwas. Zugegeben, wir mögen Blumen. Das sieht man auch, wenn man durch Durbach spaziert. Grau in Grau ist nicht unser Fall, denn der Sommer kann so viele wunderschöne Farben haben. Und wir geben auch zu, dass wir die prächtigen Weinberge und die dichten Wälder lieben. Denn dort zu wandern ist ein einzigartiges Erlebnis. Durbach erleben bedeutet, die Weite der Landschaft zu erfahren, deren Besonderheiten und die Herzlichkeit der Menschen. Man könnte auch sagen, dass für jeden etwas dabei ist. Wir haben das größte Fitnessstudio rings um unser Dorf. Die Wege durch unsere Berge sind lang. Viel Raum zum Gehen oder Fahren. Es sind diese besonderen Momente, von denen es in Durbach ganz viele gibt. Man könnte auch sagen, dass Durbach mitten in der Gourmet-Ecke Deutschlands liegt. Eine Ecke, in die man gerne gestellt wird, wenn dabei so viel Gutes rauskommt. Gutes Essen, Entspannung und Wellness. Wir sind flexibel. Durbach hat ein Schloss hoch über dem Tal. Durbach hat ein Museum, wo man ebenfalls unser Schloss sieht. Und natürlich hat Durbach eine Prinzessin. Die sieht man auch. Zum Beispiel auf einem unserer vielen Feste. Aber von einem haben wir ganz besonders viel und kriegen trotzdem nie genug. Unsere Trauben. Gehegt und gepflegt von den vielen Winzern, die hier arbeiten. Familienbetriebe. Traditionsbetriebe. Betriebe mit der Leidenschaft zum Wein. Und zur Geselligkeit. Tradition ist etwas, das Durbach auszeichnet. Nicht umsonst heißt es Handwerk, welches bei uns immer noch mit viel Liebe zum Detail betrieben wird. Was wir dafür brauchen? Nun, das Wissen, dass wir etwas Gutes tun. Den Mut, Neues zu probieren. Und viele Spezialisten für unsere vielen Spezialitäten. Das Ergebnis sind Momente, die für jeden gemacht sind. Der Geschmack von etwas Gutem. Die Freude an den Augenblicken. Die Ruhe, die man endlich genießen kann. Und die Weinberge. Die Blumen. Und die dichten Wälder. Wir sind uns sicher, dass es von allem ein bisschen ist. Und wir freuen uns darauf, Ihnen all das zu zeigen. Hier in Durbach. Wir sind uns sicher, dass wir uns sicherlich sind.